Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Föhnüsse mit Dirk und Klaus, live aus der Wolke A7. Heute ist Silvester. Juhu, liebe Nüsschen. Heute ist Silvester, meine lieben Freunde, Abschluss des Jahres. Wir nehmen das natürlich live auf. Das ist der einzige Live-Podcast. An der Wolke A7 sehen wir, wie die Leute ein Fahrzeug ist. Da lege ich nachher Stereo-Panorama drüber, das kommt richtig gut. Man kann nur Panorama drüberlegen. Ja. Wahnsinn. Also hier ist richtig, hier ist der, auf dem Highway ist die Hölle los. Ja, die Mettkübel werden schon ausgeschenkt für den Maskenball nachher. Du wolltest anfänglich hier was erzählen. Du hast Ende der letzten Folge gesagt, sollen wir das mal am Anfang setzen? Ah, richtig. Weil wir, ne, und wir wissen nicht, ob ihr noch wach seid. Kontaktiert uns doch bitte mal. Sagt uns doch mal, was wir diskutieren. Was für ein Battle wir schon mit dir. Mach das doch einfach mal bitte. Ja komm, tut uns doch. Mach mir Scheiß jetzt 52 Mal ein ganzes Jahr. So lange da, bis wir von euch mal irgendwas hören zu, ihr schickt uns eine Frage oder ein Bild, was ihr gemalt habt. Aus dem Urlaub. Von uns beiden. Eine Postkarte zum Beispiel. An at für Nüsse pod auf Twitter. Könnt ihr uns auch folgen. Euer Lieblings Currywurst Rezept. Ihr folgt uns auf YouTube für Nüsse mit Dirk und Klaus oder als für Nüsse mit Dirk und Klaus in eurer Liebsten Podcast. Was kann man alles frittieren. Ja. So, gut. So, das war's dann auch schon wieder. Lächeln nach Stereo Panorama drüber. Es kommt richtig gut. Ja, was hast du so getrieben in der letzten Woche? Viel Alkohol getrunken? Gestern, letzte Woche war ja Weihnachten. Hattest du Last Minute irgendwie unterwegs? Ich war am See spazieren und hab einen Welpen gerettet. Last ist... Ja. Vor der wurde gerade von... Bundewelpen oder Dinowelpen? Dinowelpen. Krass. Wurde ein kleiner Velociraptor, wurde auch gerade... Ich hätte Triceratops getippt, aber gut. Der steht doch da vorne in der Küche. Ach, daher kommt der gute Duft. Blick, ja, auf ihn. Naja, ne? Der heißt ja Günther. Vilio. 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 Wie die Vilio-Plattform. Ja. Und du? Ich hab sehr viel gegessen. Hauptsächlich nur gegessen. Ich hab versucht, meinen Schlafrhythmus ein bisschen zu verändern. Damit du heute bis zwölf wach bleiben kannst. So. Ja. Ich kann mich erinnern, damals als Kind irgendwann Silvester... war, dass ich ganze Fanta trinken durfte. Das war... Ich weiß, damit wurdest du jahrelang großgezogen. So begann mein Montag. Ja. Und ich hatte so einmal... Trink deine Fanta. Ja. Deswegen sind, glaube ich, unsere Keeper heute so ein bisschen unterschiedlich. Dass du sagst von wegen Fanta, ich renn weg und alles andere was Süßes. Ich esse abends mal gerne so einen Staubhaufen Nüsse. Und ich denke, pump mich voll mit dem Rotz. Ich hab neulich einen Artikel über Zucker geschrieben. Das hab ich dir ja schon gesagt. Und es gibt die These, dass wenn du in deiner Kindheit mehr Süßigkeiten gegessen hast, du eher abstumpfst gegenüber süßem Geschmack und immer süßere Sachen brauchst. Das ist doch bei dir ja vollkommen akzeptiert. Ist inzwischen auch als falsch erwiesen. Thesen sind ja auch Thesen. Es ist genau, wie dass die Erde rund ist. Lächerlich. So. Dass nicht Gott uns so geschaffen hat. Flatliner. Flat Earth are united. Flatliner! Wir hängen schon ziemlich dicht am Silvesterpunsch, Freunde. Die Feuerzeigen wohl auch immer gut zu Silvester. Also kann ich jetzt wieder 10 Monate eigentlich sehen, aber... Punsch! Punsch, du Nusslinge Kuh! Ja, da sind wir ja schon direkt beim Thema. Denn meine Frage ist so einfach wie naheliegend. Wie sieht der so richtig, richtig guter Silvesterabend aus? Oh, scheiß. Mir ist schon wieder Batterie aus dem Gebiss gefallen. Der ist ja wie ein Duracell-Hase. Ja, ich hasse ja, ich hasse in so Karasmond den Dezember. Also, die ganzen Scheißfeiertage können mir alle gestrollen bleiben. Weihnachten und Silvester können am Straßengraben verrecken. Und das wäre mir egal. So. Nee, ich will tatsächlich einfach nur... Ich möchte einfach meine Ruhe haben. Wie so ein alter, verbissener Knochen. So, der halt dann irgendwie Kinder mit seinem Luftgewehr in den Innenhof abschießt, wenn die kurz sagen, fräuliche... Sieben Tage Scrooge ist bei mir das Motto. Das klingt wie so ein Event in so einer Grillküche irgendwie. Die sieben Tage Scrooge. Er kann mir doch ein Stück Kohle haben. Nein. Leute, die lustig knusprigen Scrooge Finger. Lustig knusprigen Scrooge Finger. Ja, ich kann mich an eine Klaus-Tradition erinnern. Das war Silvester. Alle, alle Kneipen, die er zu Fuß erreichen kann, erreichen. Kann ich mich nicht dran erinnern. Und dort alles bis auf Aschenbecher leer trinken. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich stand in der Lampe, habe eine zarte 12-15-Stunden-Schicht mit Randy, dem alten Hund, absolviert. Die Tür ging auf und er stand da, als ob Licht langsam auf ihn gedreht wird. Freunde, was ist mit mir? Alter, was ist mit dir los? Ich war in Neukölln, ich war in Kreuzberg, ich war in Friedland. Wo bin ich hier? Du hast also alle Kneipen weggeleckt. Also, das war so die alte Klaus-Tradition. Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Dass du das nicht mehr weißt, das glaube ich dir. Du wusstest ja beim Eintreten schon nicht mehr, wie du reingekommen bist. Alter, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Ja, so kann man es auch begehen. Da war mal für mich die Frage, hast du das alleine? Oder hattest du so Stationen, wo du den einen vom Judo, den anderen vom, weiß ich nicht, aus der Schule, sowas? Habe ich gedacht, dass du halt so alle Freunde, die du in Berlin hast, am Ende des Jahres alle besuchen auf ein Bier. In einer Kneipe nach deren Wahl. Das klingt eigentlich ziemlich lustig. Das klingt so wie die, wie ist es, diese goldene Meile? Ja. Was ich ja eigentlich mal mit dem Doc und dir machen wollte. Da habe ich extra, wie viele sind das? The world's end. Zehn Bier waren das? Zehn fünn, null fünfer oder? Ich glaube, zehn, null fünfer. Das ist schon ordentlich. Zehn, null fünfer ist ordentlich, ja. Das wären halt fünf Liter. Obwohl der Doc macht das in den ersten fünf Minuten bei Begrüßung. Der ist ja erst mal... Boah, scheiß die Wand an. Ja. Bevor ich nicht halt irgendwie zwei Liter Bier im Bauch habe, rede ich mit euch nicht. Das ist immer total harmonisch, wenn der da ist, aber irgendwann dann auch ein bisschen schwierig. Weil der halt so, was wir dann halt über einen echt langen Abend abziehen, zieht der so in zwei Stunden ab. Und dann aber auch mit irgendwelchen Mädels angeilen, aggressiv werden, am Tresen einschlafen. Das ist alles... Boom. Ja gut, aber wenn du halt mit Druckbetankung erst mal zwei Liter Bier zur Begrüßung weg atmest und irgendwie dir sagen, ja komm, jetzt mal einen Whisky, an dem wir ein bisschen nippen können, der kippt den als Short. Mhm. Das Glas war klein, Jungs. Hattest du es los? Aber keine Aktion. Hattest du sich dem Fuß vorstaffeln? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, das war schon ziemlich gut. Das war auch so gut schlecht gemacht. Also eine Erklärung ist, wir wollten nach Hause gehen und wir hatten auch alle schon genug und er konnte aber partout nicht zugeben, dass wir nach Hause gehen. Hat sogar getan, als verstauchte er sich den Fuß von der Bar und ist in die Bar gehumpelt für Hilfe und hat drei Bier bestellt und an seinem, glaube ich, mal kurz gerochen. Der Fehler war ja, dass wir alle mitgekommen sind, haben alle mitgenimmt, er ist dann irgendwie so eingeschlafen, ich habe dann lustige Filmchen und Videos gemacht. Mir ging es so schlecht am nächsten Tag. Dann seid ihr weggegangen und ich trottel, habe dann alle drei Biere noch ausgetrunken. Alter. Das war, das hätte ich mir echt mal dezent geklemmt an der Stelle. Und dann habe ich euch morgens vom Klo Hassvideos geschickt, dass ich euch so derbe hasse, weil ich schon wusste, das wird ganz schlimm. Und das war ja auch, das war das letzte Mal. Spielt aus dem Bett? Ja, dann auch. Aber zuerst ein Klo noch und dann später aus dem Bett. Und dann, das war das letzte Mal, dass ich drei Tage am Stück getrunken habe. Als ob man so 16 war. Am zweiten Tag war ich auch echt durch. Am dritten ging es wieder so ein bisschen, am zweiten habe ich echt langsam machen müssen. Am dritten habt ihr aber auch nicht viel gemacht. Aber der erste war einfach die Hölle. Für mich war es der letzte Tag der Schlimmste, weil ich dann auch diesen Fehler gemacht habe, weil der Doc dann auch redet wie 16. Ja komm, du wirst ja jetzt hier. Der bayert ja nicht, der österreichert ja. Aber der hat dann halt da irgendwie alle so gezwungen, Bier zu trinken. Und wir alle dann weiß, zitternd und voller Hass, das eine Glas. Also ich habe ja nur ein Bier am letzten Tag getrunken und habe echt gedacht, Gott, Kotz, Kotz. Also geht gar nicht. Auch gar nicht von wegen, das kotze ich wieder raus, sondern mein ganzer Körper, meinem ganzen Blut, alles ist schon, ist randvoll Gift. Es hat alles nur weh. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott. Wir haben, glaube ich, klugerweise dann am Freitag auch vorher noch trainiert. Ja, du musst ja nicht aufpumpeln, wenn du in die Disse gehst mit dem Doc. Disse? Sagt man das nicht mehr. Wer ist noch mal jünger? Naja, und dann haben wir Freitag gesoffen, Samstag gesoffen und dann Sonntag habe ich ein Bier getrunken. Das war schon. Aber es war eigentlich rund, war schon ein schönes Programm. Also sich richtig besaufen, Silvester. Ja, das kann man ja in verschiedenen Formen machen. Und die Lichter ausknipsen. Gibt es denn sowas, weiß nicht, Dinner for One ist ja. Dinner for One zum Beispiel, ja. Das gehört dazu, das muss man schauen. Ist auch nur an dem Tag einigermaßen lustig. Und bei mir gehört noch der Silvesterpunsch dazu. Den ziehe ich mir auch. E.K. Alfred, einmal im Jahr. Ich kenne es echt nur in Ausschnitten. Ich habe es noch nie ganz gesehen, aber ich glaube, jetzt hast du spät damit anzufangen, das Ganze zu sehen. Naja, wenn du die Ausschnitte magst, dann ist es kein Problem. Ja, aber es ist. Es ist halt auch nur betrinken. Ja, aber ich weiß. Langsam mehr und mehr betrinkt und dann. Aber bei Dinner for One ist ja auch nicht lustig, weil es ein wirklich lustiges Ding ist, sondern weil man es einfach schon tausendmal gesehen hat. Du weißt, es gibt so ein paar Punkte, die ich immer noch gut finde. Ja. Erschreckenderweise. Aber er sagt, ich finde ja bei Dinner for One das Schönste ist, wenn man irgendwann in dem Alter ist, zu checken, was die beiden am Ende machen. Ja, lustig. Will ich gar nicht, will ich gar nicht wissen. Ja. Ja, also das so an Filmen ansonsten. Hast du auch die Feuerzangenbowle, auch so ein klassischer Silvester- oder Neujahrsfilm eher, ne? Den habe ich, glaube ich, ein oder zweimal gesehen. Also ich weiß, dass in Hannover, wie heißt der größte Saal, der Audimax oder sowas? Audimax in Berlin auch. Und da ist das dann halt irgendwie Tradition, dass, glaube ich, erster oder zweiter Weihnachtstag läuft der Film da. Und da sind dann aber auch die Studenten mit Bierkisten im Hörsaal. Das habe ich halt einmal gemacht. Das war halt dann, ich weiß gar nicht mit wem damals, aber es war halt dann irgendwie schon ganz lustig, weil die dann halt dann, ja, bist du im großen Hörsaal und säufst dir dann halt mit 100 Leuten an oder so. Das ist dann schon lustig. Ich kann bloß diese ganzen Gags, die haben dann immer, keine Ahnung, dann wurde geklopft, geklatscht, irgendwelche komischen Trinkrituale. Und ich dachte, naja, was ist denn, was bei mir damals totaler Wahnsinn war, war Knall. Also das Schlimmste war, glaube ich, mal für 70 oder 80 Euro mir halt irgendwie... Polenböller. Das nicht, das nicht. Also da hatte ich immer nur gruselige Geschichten gehört. Es war halt alles schon so eine zertifizierte Iveco oder welche anderen da immer die geilen Feuerdinger raushauen. Und dann gerne auch mal irgendwie Knallermischungen basteln, dass man halt dann irgendwie, hat man so einen Monsterschinken und sägt dann halt 20, 30 Dinge auf und kippt dann beispielsweise in so eine Zigarrenhülle, randvoll mit Schwarzpulver und dann oben nochmal schön Tesa drum, schön Druck und dann eine von 20 Lunden da rein. Und dann hat man meist immer nur, dass man vorne eine übelste Fontäne hat, aber manchmal auch irgendwie durch richtige Stopfen und Glück, dass das Ding so gesprengt ist. Ich dachte, oh Gott. Aber dann auch also schon Schisser-mäßig. Die Lunte war dann auch schon irgendwie 30 Zentimeter lang. Und dann vorher das irgendwo platziert, dass man vorher... Also ich war immer so ein Sicherheitsfraggle, so gedacht hat, okay, wie kann ich wegrennen? Wo schützt man sich? Wo kann ich denn schauen? Also es war nie so, guck mal in der Hand! So, das ist zum Glück nie passiert. Immer lustig, eine Silvesterrakete aus der Hand starten. Aber doch, die kleinen. Doch, es gab diese ganz kleinen, die halt echt nur so groß waren und die hatten zwei Beine rechts und links so. Und die sind echt lächerlich einfach, also wenn du Handschuhe hast. Ich glaube, die hatte ich auch mal besoffen, so in der Hand. Ja, steck dich rein in die Hose. Weil die machen auch nichts, außer halt ein Glitter hinter sich ziehen und die zieht sich dann PAM oder so eine Dinger. Aber ich weiß, dass ich 1999 auf 2000 in Hannover auf dem Opernplatz stand mit Millionen Menschen und meine damalige Freundin hat eine Panikattacke gekriegt und das war echt voll gruselig. Ich habe dann zum Glück irgendwie einen Typen gefunden und wir haben uns gegenseitig so maximal an die Schulter gestützt, dass sie zwischen uns stand und halt nicht gequetscht war. Und wir sind dann halt aber richtig mit Kraft und Gewalt bestimmt zwei Stunden aus der Menschenmenge raus, weil das war halt nicht ein fester Platz, sondern über Straßen und Seitenstraßen und dann irgendwie da raus. Und dann wurden halt da auch dann diese Polenböllerketten gezündet, wo dann die ganzen Fensterscheiben von den Einkaufsläden alle nur gewackelt haben. Und du hast ganz gefühlt irgendwie so ein Mörser-Dauerfeuer. Und das war auch, also du hast dann irgendwann ein dumpfes Gefühl, weil das Ohr schon dann fertig war und dann piept man. Also war nur scheiße, war nur scheiße. Ja, ich bin auch, also ich bin, letztes Jahr war ich hier am Wasser und jetzt, wo immer mehr reiche und bessere Leute hier wohnen, da war irgendjemand, der hat echt von seiner scheiß Eigentumswohnung da in diesem Villenblock so eine Feuerwerksshow gemacht. Also irgendwie so richtig teuer, der muss richtig viel Kohle in so ein Feuerwerk gesteckt haben. Aber hat er das vom Dach gezündet? Nee, nee, der war, der hat den Garten da vorne, also die Terrasse, die Gartenterrasse im Erdgeschoss. Direkt am Wasser, dieses hässliche weiße Haus, was da neu ist. Zwischen Coca-Cola und... NHO Hotel. Nee, zwischen Coca-Cola und MTV. Ach so weit... Das ist so ein weißes Wohnhaus. Ach okay, hab ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Und wenn du mal dran vorbeigehst, dann weißt du, was ich jetzt meine. Und also wirklich, und wenn ich sage, richtig viel Kohle, dann meine ich hier so 400, 500 Euro locker. Und also schon beeindruckend. Und ich finde generell die Stelle beeindruckend. Man sieht halt die verschiedenen Feuerwerke auf den Brücken und an der Oberenbrücke. Also Feuerwerk finde ich eigentlich auch nur diese Fontänen und Raketen. Das finde ich halt geil. Ich bin auch von Böllern auch kein Fans. Ich verstehe auch den Reiz nicht davon. Es ist laut und knallt und wenn ich es mir in die Hose stecke, ist mein Pullermann kaputt. Nee, ich habe viel früher so eine Dinger gemacht. Und das war oft, glaube ich, auch einfach so ein Rudelgehabe. Und dann auch so von wegen, wer traut sich mehr oder so ein bisschen hihihi. Also eigentlich am spaßigsten war dann irgendwie immer mit Festus, wenn man nach oder vor Silvester irgendwo hingeht und dann sowas macht wie, wir haben drei aneinander geknotet. Oder hier fünf Teppiche oder guck mal, das ist so ein Erdhaufen. Also das ist nicht laut, sondern was kann ich damit wegsprengen, absprengen, sonst was. Aber jetzt nicht so ein Scheiß wie Polenböller im Briefkasten, wo der echt denkt, der ist zersemmelt. So ist jetzt nicht von wegen, haha, die haben da schwarze Briefe drin, sondern das ist ja dann Feierabend. Ja, aber sowas gucke ich mir eigentlich auch gerne an. Mittlerweile, also merkst du halt auch von wegen, dass das, ich gucke mir auch jedes Jahr gerne diese Iveco, also es ist ja einer der größten, ist ja glaube ich Iveco, ne? Einer der größten Feuerwerkskörperverkäufer, Händler Deutschlands. Und, oder nur Veko? Ich glaube nur Veko. Iveco ist glaube ich so eine Brummi-Marke, ne? Ja. Veko-Feuer ist dann das mit dem Hahn drauf. Aber, wisst ihr was ich meine? Und der, also habe ich letztes Jahr gehört, dass in Berlin ist ja ein riesig großes Lager und da ist dann halt auch quasi Lagerverkauf und das ist ja dürfen die ja nicht. Und da ist es halt echt so, dass die Leute im Schlafsack, in der Schlange, da halt irgendwie um vier sich hin, die haben ja nicht gepennt komplett, aber, und die war halt bewerbslang. Und es war tatsächlich, dass die halt, also die Lagerhallen haben die gezeigt. Und tatsächlich, dass Produkte, einzelne Produkte ausverkauft waren. Die haben gesagt, das haben sie nicht. Die hatten halt so einen Mörderumsatz. Und die haben gesagt, von wegen, natürlich haben sie sich auch spezialisiert auf große Feuerwerks, sonst könnten die das gar nicht. Könnt ihr nicht irgendwie einmal im Jahr verkaufen und das ganze Jahr über, äh, super. Aber es ist so krass. Und die sind mittlerweile so weit, dass halt, was ja auch immer der Trend ist, immer weiter sind diese Batterien, also diese Fontänenbatterien. Ja, die immer bessere Automatisierungen haben. Und mittlerweile halt große Sachen, die verkauft werden, die dann halt, also die haben dann halt so eine große Pressspanplatte, wo dann halt so ein komplettes System von bunten Dingern, und die haben gesagt, das ganze System feuert zehn Minuten am Stück. Und das Größte, was sie hatten, war irgendwie eine halbe Stunde. Und das geht dann halt aber auch schon mehrfach im Tausenderbereich. Und das wird gekauft. Das kostet dann halt so eine große Platte, die du holst, kostet dann 5000 Euro. Du weißt aber, du hast eine solide Show für dein Hotel oder sonst was. Das geht eine halbe Stunde, so. Und, äh, und du hast halt das alles durchprogrammiert. Das gibt immer eine Sicherheitsleine oder wie es heißt, Sicherheitsspur. Ja. Das quasi, wenn einer nicht anzündet, der Zweite dann zündet oder der Dritte oder so. Das fand ich schon faszinierend. Aber viel faszinierender fand ich, dass die weggehen, genauso wie kleine Teufelfontänen. Ich finde ja generell irgendwie, dass die Kohle, die da drin steckt an diesem Tag. Ja. Also wie pervers viel Geld Leute dafür ausgeben. Ich muss sagen, ich google mal ganz kurz was zu dem Thema. Aber, also ich wäre alleine dafür zu geizig, das nur für irgendeine geile Show irgendwie so in die Luft zu jagen. Ja. Aber ich meine, da musst du auch überlegen, klar, jeder Einzelne, aber was dann sich an Firmen oder Hotels leisten. Und da ist dann ja mal ein Feuerwerk, ist dann, ich weiß nicht, bist dann bei 150.000 oder mehr. Ja. Also in Hannover ist ja, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch ist, aber da gab es immer die internationalen Feuerwerkswettkämpfe. Und da habe ich mir dann mal ein paar gegeben und das ist richtig geil. Weil du bist dann halt auf so einer großen Freifläche im schönen Garten, also in dem Herrenhäuser Gärten in Hannover. Und dann halt abends und dann hast du halt deine klassische Musik, die eins zu eins halt echt auf die Explosion und auf die Fontäne abgestimmt ist. Und dann starten halt, also ist dann immer einbestimmtes Land und das wird dann halt dann auch prämiert, bla bla. Aber du hast dann halt echt, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine Stunde, ist halt so ein mega krasser Scheiß. Und dann gibt es halt auch ganz viele, die es halt natürlich von Weitem sehen, weil ringsum und den Herrenhäuser Gärten ist ja nicht abgesperrt. Und dann sind halt die ganzen Freiflächen und Wiesen und sowas, wenn das im Sommer ist, sind dann halt immer ohne Ende Leute auf Decken und dann schon angeschnasselt. Und du kriegst zwar die unteren Fontänen nicht mit, aber das meiste ist halt in der Luft. Du siehst dann halt so eine geile Show. Das ist krass. Und da kostet das, das würde ich in die Millionen tippen, was da rausgeht. Das ist so krass. Das sind ja auch Dinger, die du nirgends verkaufen kannst. Das sind ja diese dicken Kugeln, die dann halt immer aus diesen Regenrinnenrohren da rausgebombt werden, die dann halt auch mit den Vorzündern, dass du so bumm und dann kommt dann erst halt irgendwie so ein Riesen-Monster-Ding oder die mittlerweile halt so Bildnisse in den Himmel zeichnen. Es gibt auch ein schönes Video, wie jemand, ich glaube vor zwei Jahren, eine Drohne durchs Feuerwerk geflogen ist. Okay. Und die hat das geschafft? Ja, 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 ja. Also so ein Gefahrengebiet war es, glaube ich, nicht. Ich habe mal geschaut. 137 Millionen Euro waren das letztes Jahr. Also 2017. Die zu Silvester genau ausgegeben wurden. In Deutschland? Ja. Zwischen dem 29... 100, wie viel? 137 Millionen. 137 Millionen Euro. Das ist jetzt mit den anderen, das sind die von letztem Jahr, der Artikel, den ich jetzt habe, ist ein bisschen älter, das war 2014. Da waren es nur 124 Millionen Euro. Uuuuh. Uuuuh. 34 Prozent der unter 30-Jährigen benutzen Knalle, 28 Prozent der Männer, 18 Prozent der Frauen. Das summiert sich auf 23 Prozent in der Summe. Und das sind 34 Euro pro Bundesbürger. Krasser Scheiß, ey. Ja. Essen und Getränke verschlingen zusätzlich durchschnittlich 52 Euro am Silvesterabend pro Kopf. Also schön, selbst wenn man bescheiden feiert, ist der 100 Euro weg. Eintritt für die Silvesterfeier lassen sich Deutsche im Schnitt 43 Euro kosten. Eintritt. Eintritt, ja. Heißt, du bist erstmal drin. Ja. Ja. In den coolsten Dissen Deutschlands. Hör doch mal auf in Dissen, das ist immer ganz egelig, wenn du sowas sagst. Jetzt sagst du noch schön zum Abhotten. Boah, Abhotten ist ein gutes Wort. Du musst mal wieder zum Putzer. Sagt man hier Putzer? Ja. Ja. Ähm, ja. Naja. Also schon. Ich hätte tatsächlich mit ein bisschen mehr gerechnet als 34 Euro. Aber, äh, trotzdem. Wenn du überlegst, wie viele Leute es nicht machen. Also gesagt, 23 Prozent, das ist halt jeder Vierte. Ja. Und dann. Also zum Beispiel hier auf der Hochzeit von Festus, da hat er erzählt, dass sein Schwiegervater, der hat, da gab es nämlich auch Feuerwerk und da dachte ich, krass, weil das war richtig in so einem, äh, mit so Zündsystem und dann hier die drei, die fünf, alles einzeln angesteuert, war richtig geil, fand ich ganz schön. Und dann habe ich gedacht, das wäre halt dann irgendwie gemietet. Er hat gesagt, von wegen, das Gerät und diese ganze Vorrichtung dafür, das hat sich seinen Vater, äh, seinen Schwiegervater extra gekauft und das nutzt er dann jetzt halt auch an Silvester. Das heißt, er wird dann halt speziell dafür halt irgendwelche Zünder-Dings, bumm, sich da bei Wege holen und so und dann sagen von wegen, ja, was er denn da gerne hat. Also ich finde es generell erstmal geil, aber, aber da müssen halt viele wie dran beteiligt sein. Also wenn du da halt im Dorf feierst und dann gibt es halt welche, die dann halt da laut und sonst was und dann sagst du von wegen, und der hat hier ein professionelles Zündsystem für so ein Feuerwerk. Das aber auch auf dem Dorf, wo du sagst, äh, meine Penislänge macht sich anhand der Weihnachtslichter bemerkbar. Ja, wer weiß, wer weiß. Das ist auf jeden Fall, ja, ein Aushängeschild. Ja, was ist denn, äh, hast du denn früher sowas Geiles gemacht oder warst du, seitdem du trinken durftest, nur am Saufen? Oder hast du mal auch irgendwie so eine... Ja, nur erst, seitdem ich trinken durfte. Nee, mir fällt nur ein klassisches Silvesteressen, das war immer, äh, meine Mutter hatte Nudelsalat gemacht und meine Großmutter hatte Kartoffelsalat gemacht. Das ist voll am Betteln. Ja. Aber das finde ich auch geil so. Also ich mag halt... Also es gab es sonst selten. Ja, ist ja halt auch aufwendig. Es wird ja auch mal gesagt, oh, das ist ja nicht, wenn es heißt, von wegen... Ja, ja. Ist ja heutzutage immer noch so, dass gerne Heiligabend oder Silvester sowas wie Kartoffelsalat und Würstchen, und man denkt immer, es ist ja einfach, weil das Würstchen ja nur heiß gemacht wird. Aber der Kartoffelsalat, der wird ja am meisten Tag vorher schon gemacht, der muss über Nacht ziehen, da kriegt er zum Schluss nochmal so ein geiles Finish. Das ist ja nicht das, was sie mal schön aus der Elbe... Ja, ja, da kochst du halt den halben Tag dran. Ja, außer du holst dir halt dann irgendwie einen Eimer bei Lidl. Ich glaube auch deswegen, das macht es halt so, dass wir denken, das sei so super einfach, weil wir halt einfach immer, wenn wir es haben, dann ja eher die Plastikeimer sagen, oh, für den nächsten Tag zum Suchbräuch, was zum Ziehen. Ja. Also ich habe ja auch schon mal ein paar Mal Dinger gemacht, aber dann echt faul, weil es lohnt sich nur in der Menge und dann ist das halt... Aber es ist schon geil, wenn du echt selbst gemacht hast, ist es ja immer ein Unterschied. Fahne Gürkchen drin oder sowas. Mit Ei und so Paprika auf dem Ei. Und dann so ein Sektchen. Oh, jetzt, ey, ich habe noch nicht gegessen, Alter. Da habe ich richtig Hunger. Also abgesehen vom Sekt. Ja. Also ich habe letztens irgendwie, glaube ich, so eine kleine Sektflöte getrunken. Ah, die ist kaputt, ey. Ich musste neulich auch und dachte auch, ey, oh Gott, ey, das reicht mir schon, ey. Und ich finde, Sekt ist auch wie so eine Faust gegen den Magen. Ist erst mal so, äh, 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 angenommen, dicht. Ist das so? Ja. Ich kann mich erinnern, dass damals irgendwie, äh, meine, äh, Mutter mal und mein Stiefvater hatten halt irgendwie so ne, so ne Silvesterparty. Da wurde noch mit Platte aufgelegt. Da wurde die Rambazamba 89 aufgelegt. Verteiler, Verteiler, Finger, Verteiler, 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 Finger, putt, putt, putt. Auto ist kaputt. So ne Klassiker wurden da gespielt. Du erinnerst dich. Zum Glück nicht. Jetzt geht es los. Ganz große Schritte, in der Herbert fasst der Heidi von hinten an die Titten. Die Schulter. Ach, scheiße. Bin enttäuscht. Möchte gleich nochmal separat mit dir reden, wenn das hier fertig ist. Oh nein, bitte nicht, Herr Dirk. Oh nein. Was soll die Spache, Mann? Oh nein, Mann, er ist so ein Uhrensohn. Ich hatte auch drei Horsepower getrunken, entschuldigen Sie bitte. Ist das wirklich ein Energydrink oder? Ja, gibt es das nicht. Weiß ich nicht. Möglich. Wie heißt der, bei Lidl heißt der Kong, ne? Also entweder. Ja. Der Billo ist Kong und der Gute, es gibt da auch Red Bull, haben wir ja vorhin gesehen. Und Monster Energy. Monster Energy. Monster Energy, muss ich ja sagen, habe ich irgendwann mal am Set gekriegt. Die sind ja ganz pfiffig. Die haben nicht wie Red Bull und sowas diese 025er Dosen, sondern die haben ja halbe Liter. Da habe ich gedacht, Alter, da muss man auch was haben. Weil ich habe dann auch gesagt, ah, du wirst so langsam müde. Ja. Dann habe ich so eine Monster gekriegt, dachte ich, weiß ich, und dann, okay, also ich kann ja ab und zu sowas ab, aber dann nach einem halben Liter, habe ich gedacht, da muss aber alles mit dir stimmen, wenn du das halt trinkst. Boah, ich kann es ja gar nicht. Hast du nie Wodka Energy gesoffen? Ne. Doch, also, mal dran genippt, aber ich bin dieses Energy, ich kriege das nicht runter. Timo, Frage, wie viel Wodka Energy hast du getrunken bis jetzt? Bis zur jetzt hier 27-Minuten-Marke. Das ist ein Hektoliter-Rechen. Ich kriege das schon als Kind nicht, mir war das zu süß, zu... Hast du noch mitgekriegt? Ich habe es ja bewusst mitgekriegt, als Red Bull auf den Markt kam. Ja, ja, ja. Und alle voll Angst hatten und sagen... Also, da muss ich so sieben oder acht gewesen sein? Du? Ja. 93 oder so? Da war ich 13, ja. Also, so in dem Dreh muss das gewesen sein. Also, ich habe es bewusst mitbekommen, ja. Also, ich weiß, dass dann gesagt wurde, von wegen hier ganz gefährlich und bla 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 und nee, dürft ihr es nicht. Und dann, ich habe gehört, irgendwer hat das mit Alkohol... Oh, ist ja tödlich und sowas. Das dehydriert euch, der Zucker und was guckst du auf meine Socken? Es sieht so aus, als ob die falsch rum sind. Sind sie das, was die, die ich geschenkt habe? Nee, die sind so... Die sind schon fertig durch. Ja, es reicht doch jetzt, um danach Fußball schauen zu gehen. Heute ist Silvester. Silvester, Fußball, das spielt nämlich 2018 gegen 2019. Heute schon wieder einer. Das ist ein Knaller. Klaus, komm raus, das Feuerwerk, ja, gleich. Da hört sich genau so an wild. Das Geile ist auch, das ist jetzt quasi, also, dass wir so einen geilen Abschluss haben, weil wir haben dieses Jahr damit begonnen. Ja. Haben wir. Ja, ja, ja. Ein Jahr hat ein Jahr 52 Wochen, muss ja, wa? Sonst wird es ja eng. Ja. Bei uns hier. Das ist ja schon ganz geil. Im Podcast-Studio. Ja. Nee, was hältst du denn, was ja auch... Was hältst du denn, ja, komm, sag. Von dem Trend wegfahren. Jede kleine Berghütte irgendwo im Eichsfeld oder sowas ist ja immer ausgemietet Silvester. Ich muss ja sagen, ich glaube, mein echt, mein bestes Silvester hatte ich, als ich mit ein paar Freunden in einem leeren Haus von Eltern von irgendwem in Klado war, wo du nichts mitbekommen hast, gar nichts. Also wirklich am Südzipfel West-Berlins. Aber Klado, ich meine, was wir vorhin gesagt haben, wenn es dörflich wird, dann wird doch geballert. Nee, da war nichts. Das alles, also da war gar nichts. Du hast nichts mitbekommen. Und wir haben es auch nicht, wir haben Neujahr verpasst. Wir saßen da, wir haben geredet. Und dann irgendwann... Wie, wie, was hat der denn gemacht? Hörst du halt so ein paar... Wir haben einfach gequatscht und ein bisschen Bier getrunken. Dann hörst du halt irgendwann so ein... Also vereinzelt Feuerberg. Wirklich so, wie es den ganzen Abend auch ging. Und dann dachten wir so, hm, komisch. Das ist jetzt ein bisschen... Wir machen mal einen Fernseher an. Und dann war es halt irgendwie schon zwei Minuten nach zwölf. Ach, geil. Und wir dachten, naja, okay, wir machen einfach wieder aus und wir zählen unseren eigenen Countdown ein. Und dann haben wir angestoßen. Ja, aber das war halt einfach total ruhig. Es war total entspannt. Ohne diesen Stress mit, ja, es ist jetzt Neujahr. Dieses Jahr wird alles anders, weil ich habe jetzt den Vorsatz, mein linkes Bein immer zu rasieren, das rechte zu waxen. Und dann will ich 2020 mal gucken, welches besser ist. Cool. Das ist nicht schlecht. Ja, aber ich hatte auch mal ein Silvester, was auch ganz besonders war. Wollte ich aber auch so. Mit meiner damaligen Freundin bin ich mal... Centerparks. ...in Wald gefahren. Lebt sie noch? Ja. Grüße. Und wir sind dann halt im Dunkeln durch den Wald spaziert. Und das war dann, weiß ich nicht, losgelaufen sind wir so, weiß ich nicht, ich würde sagen so halb zwölf, viertel vor zwölf oder sowas. Du nimmst die Schaufel. Es fühlt sich ein bisschen komisch, aber was krass ist, der Wald war, also da wo wir langgelaufen sind, war so am, fast am Rand vom Wald und dahinter begannen dann halt irgendwo oder immer noch sind halt irgendwelche Acker und dann weit weg irgendwelche Dörfer und es war halt richtig, richtig scheiße kalt und es lag so Nebel auch auf den Acker so. Und dann haben wir dann halt mitgekriegt, das ist zwölfer, weil dann das Knallen begann, aber voll weit weg. Und das klang im Wald so bizarr und es war total schön, weil wir waren leise und dann hast du es gehört und teilweise auch ein bisschen gruselig, weil du hast es eher so wahrgenommen wie so in allen möglichen Kriegsfilmen, wenn Hintergrundgeräusche so. Weil du hast fast kein Feuerwerk gesehen, sondern immer nur gehört. Und das war halt das Gruselige, dass du halt dann irgendwie immer nur und dann krass auch wie dann manche Batterien aus der Ferne echt klingen wie so ein Mündungsfeuer. Das war dann, also ich musste irgendwie kurzzeitig daran denken, wie man im Zweiten Weltkrieg, auch im Ersten Weltkrieg oder generell bei Krieg, wenn man flüchtet und dann nachts halt irgendwie sich sicher fühlt, weil man meint, jetzt kann man alles sehen und hören, wenn irgendwas ist und dann weg und dann plötzlich. Also ganz komische Stimmung. Ich finde ja, das hat auch sowas von den Stalin-Orgeln von damals, also die Raketen, die erst so gepfiffen haben. Ah, ja, okay, die Heuler, ne? Die Soap jetzt benutzt haben. Ja, ich meine, dass man an den Heulern halt so was denkt. Ja, ja, nicht nur Heuler, es gibt ja auch Raketen, die Hörner haben, genau. Und ich auch, dass das Jahr, wo ich beim Bund war, das war richtig schlimm, weil ich bei jedem Geräusch, weil du wirst halt dann darauf... Also meinst du Silvester, als du beim Bund warst? Ja, genau, darauf konditioniert, wenn du halt das Feuer hörst von den Manöverpatronen, dass du dich einfach in die Böschung wirfst. Okay. Weil sonst wirst du halt angeschrien. Naja, ein Schlimmeres. Ich meine, das ist ja ganz sinnvoll, aber du wirst halt einfach darauf gedrillt. Du hörst das Feuer und dann gehst du erst mal in die Stellung und guckst, was ist. Und sonst hier ist die Lage. Und dann bist du halt zu Silvester da und dann pff, pff, von jeder Ecke. Ich war echt kurz davor, ein paar Mal einfach in den Schnee zu springen. Das war auch ziemlich verschneit in dem Jahr. Ja. Also wenn Silvester, wenn Silvester geschneit hat, finde ich es immer besser, weil dann ist alles ein bisschen dumpfer. Ja. Dann schallt das nicht so. Nee, aber ich tatsächlich auch lieber die Ruhe irgendwo, wo ich nicht unbedingt was von dem Feuerwerk mitkriegen muss. Ich hatte ja auch dann, öfter war ich Thomas, als er noch bessere Sinne hatte. Feuer! Da, zu Silvester war er ein ganz schöner Schisser. Da saß er in den Konserven und hat sich versteckt. Ey, der hat das ja auch x-fach lauter gehört. Ich sitze es hier mal aus, ne, Freunde? Oh, scheiße, ey. Wie weit geht runter? Ja, das war... Ja, die Katzen haben auch mal Schiss gehabt. Aber er hatte dann eher irgendwie so krasses Mitleid, anstatt von wegen, hey, ist alles gut? Sondern, wenn du gesehen hast, einfach so ein angstvolles Gesicht und du kannst jetzt dir nichts erklären, ach so, ist das alles klar, dann esse ich jetzt mal was. Sondern, scheiße, scheiße. Ja, ja, kurz da sein, ein bisschen die Hand auflegen, Bäuchlein streicheln. Das war natürlich bei Smillo praktisch. Ja, stimmt. Nichts gehört hat. Was ist los? Ist das Essen? Essen, geben Sie, wir essen. Warum flackert er draußen? Ja. Ja. Also, als Kind, muss ich sagen, beziehungsweise junger Teenager, also was heißt junger, ich glaube fast wie ein Teenager, da habe ich schon viel geböllert. Da war ich dann aber auch immer zu Hause bei uns und dann halt mit meinem besten Kumpel und dann gerne auch mal die Ladycracker, also die kleinsten Teppiche, wo dann halt irgendwie ein Einzelner quasi so groß ist. Ich zeige hier gerade so zwei Zentimeter und die dann halt vorher dann mit einem feinen Cuttermesser alle aufgedröselt, dass man sagt, ich habe noch mehr. Draußen merkst du dann bei der Kälte, wenn es noch regnet, ist gar nicht so geil. Und ich hatte dann echt so zeitweise auch alleine mit einem Regenschirm, einer hat einen Regenschirm und dann irgendwie so einen Beutel vor mir und die ganze Zeit nur boom, boom, boom. Auch schön, die so als Pflichtveranstaltung alle angezündet. Nee, die müssen jetzt weg. Also richtig viel. Ich weiß, also meine Mutter hat auch erzählt, dass er drinne war und dann immer am Fenster stand und so und keiner mehr in der Straße geknallt hat. Nur ich stand als Trottel mit einem Regenschirm und habe dann irgendwelche Böller, die dann gerne auch im Regen so gar nichts gemacht haben und stand da und bin halt rein und habe nur gezittert, hatte so einen schwarzen Daumen, der an der Spitze schon ein bisschen nach Schinkengriller gerochen hat, weil dann halt einfach der Abroller da vom Feuerzeug schon so heiß war, dass ich dann so schon hier in die Hornhaut gedrückt habe, das schon verbrannt habe und dann, ja, und dann habe ich, glaube ich, irgendwie DSF. Sportclips entdeckt? Nee, da lief, da lief noch Silvester immer. Geht da drüber hinweg. Ja, ich will ja auch reingehen. Ja, Frauen, die sich ausziehen unter Wochen von Werbeblöcken. Nein, Bikini Contest, das lief immer da. Oh, jetzt sprichst du meine Sprache. Und Pamela Anderson-Videos. Gut, das war diese Folge von... Ich möchte da nur mal kurz vor den Gedanken... Ja, Revue passieren lassen. Wir müssen noch ein bisschen Platz lassen für die Zuhörer, zum Nachdenken und um den Informationsgehalt dieses Podcasts. Ja, was willst du denn jetzt zum Beispiel, dass alle überall irgendwo hinfahren? Also ich höre echt regelmäßig so eine Storys, vor allem beim Dreh, ja, nee, wir sind auf... Ich finde es echt begrüßenswert. Ja, aber ich finde das so, aber alle einsamen Hütten sind ja voll. Du hast ja gar nicht die Einsamkeit, wenn du sagst von dir, das ist so, da sind nur vier Hütten, ja, aber die sind randvoll mit besoffenen Frankfurtern oder so. Ja, also mir würde ja schon, da haben wir ja heute drüber geredet, mir würde ja schon eine Stadt reichen, wo Feuerwerk von Privatpersonen verboten ist. Ja, was ja in Hannover Innenstadt gut sein soll, also Böllern. Genau, oder gibt es halt echt in Europa ein paar Städte, wo nur, es gibt ja die städtischen Veranstaltungen und sonst Privatpersonen kaufen halt kein Feuerwerk. Einfach da rum zu gehen. Ganz gutes Angebot, das frei, das alle sehen können, ist ja auch eine geile Gemeinschaft mit Veranstaltungen. Du kannst dann hin, siehst es von der ganzen Stadt, ist schön, wenn du es sehen möchtest, wenn nicht, guckst du aus dem Fenster und siehst es ein bisschen leuchten und wirst aber davon nicht belästigt. Und das würde mir, glaube ich, schon reichen. Ich muss ja nicht am abgeschiedenen Ende der Welt sein. Ich würde halt einfach nicht mittendrin in so einem Kriegsgebiet rumhängen. Beziehungsweise so einem künstlichen Kriegsgebiet. Ja, du musst echt mal dann zu Silvester, das eine Jahr, von dem du berichtet hast und mich fälschlicherweise als sehr betrunken dargestellt hast. In dem Jahr bin ich die Frankfurter Allee lang und das war wirklich, als ob beide Seiten sich beschossen hätten. Das war ein Albtraum. Das ist ja zum Beispiel Timo, der hat mich dann auch besucht. Das war halt mein krass längstes Silvester ever, glaube ich, weil danach hatte ich halt so einen kaputten Rhythmus für eine Woche, dass ich mit Randy, glaube ich, 9 Uhr im Laden stand und wir dann halt auch gesoffen haben. Zum Glück, ich habe da gar nicht daran gedacht, Randy hat 5 vor 12 gesagt, die Bar ist bis 20 nach 12 jetzt dicht. So, dass wir halt dann auch einfach Silvester feiern konnten für eine Sekunde und Timo kam immer kurz rein. Der war da mal in Kreuzberg, sonst was. Der ist ja gerne mal alleine oder sonst wo unterwegs und da meinte dann halt, Warschauer Brücke, Krieg. Ja. Kriegsähnliche Zustände. Wenn die M10 hält, die ganzen Affen versuchen da Raketen und Böller reinzuspeisen. Ja, ich kenne es von Bussen. Also wo du denkst von wegen, Alter, wie viel Trommelfeld da geplatzt? Also weil, wenn da halt einfach ein Polenböller und keiner ist in der Nähe, trotzdem ist die Druckwelle der Schall. Ja, ja, ja. Ich dachte, wie bescheuert. Mund auf. Bescheuert. Mund auf als Druckausgleich. Sehr gut. Ja. Nee, das ist an der Frankfurter Allee. Also die haben die Raketen rüber zur anderen Seite geschossen. Ja, das kenne ich auch. Also das war. Diese Bekriegen von zwei Seiten. Also die Storys. Nein, wir sind die Gang, Frankfurter Allee, süß. Ja, so nix. Boah. Süß. Wir sind die Härtesten. Was ich auch immer schlimm fand, wenn man halt irgendwie entfernt, weiß ich über irgendwie, der ist im Verein, bla bla, damals noch in Letta, dass man dann gehört hat, ja, wir sind jetzt hier in irgendeinem komischen Party, bla, auf dem Land und dann hast du dann Silvester gemerkt, wie der ein oder andere ein bisschen durchdrehte. Von wegen, ja, der hat eine Gasknarre und der hat jetzt, oh ja, Gasknarre, immer gut. Er hat einen Schreckschuss. Ja, so von wegen Lichtspurmunitionen, wie das heißt. Ja. Und dann ist der halt Hacke raus und pum, 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 fuck. Scheiße, Alter, diese Hülsen fliegen auch erst mal und du... Ja, die Hülsen, die glühen heiß. Ja, und auch einfach kurz in der Nähe und ich weiß auch nicht, wie viele Jacken ich Silvester auch schon versenkt hatte. Ja, ich... Das ist ja auch überall, wo draußen Folie, äh, Plastik dran ist, irgendwas Kunststoffmäßiges. Überall Löcher drin, überall Löcher. Ja. Was machst du jetzt? Ich wollte dir ganz dezent die Zeit zeigen. Ja, wie viel haben wir denn noch? Wie, bei welcher... Wir sind jetzt bei Minute 40. 40? Geht sich schon so knackig? Wir machen das, nee, wir machen das nur, dass wir mal eine Vorwarnung haben. Ja. Wir machen das so dezent, dass ihr das als Zuhörer gar nicht mitbekommt. Du hast ja alles jetzt gerade erzählt. Wie sieht es denn bei dir mit Alkohol aus? Ich wusste gerade lachen, weil Sitzbeder mir eine Nachricht geschrieben hat und zwar... Ich höre euch, ich habe euch eure Weihnachtsfolge letzte Woche gehört, weil heute Silvester ist. Er hat gesagt, Weihnachten fällt aus. Stift- und Warentest redet von Fertigfrikadellen ab. Wie bitte? Weihnachten ist ausgefallen, letzte Woche vor sieben Tagen. Ja, ja, meine ich ja. Also bei euch, bloß nicht ran an die Frikadellen, äh, an die Buletten. In Fertigfrikadellen ist das Fleisch von Tieren drin, das auf der Verpackung steht. So die beste Bewertung, die Tester der Stiftung waren. Nur sechs von 22 Fertigfrikadellen sind gut, heißt es in ihrer aktuellen Zeitschrift. Nach einer Stichprobe von 22 Marken bekamen sechs Produkte die Note gut, neun die Note befriedigend, sechs ausreichend, eine mangelhaft. Die günstigsten Klopse für 40 Cent pro 100 Gramm sind zum Beispiel keine gute Wahl. Nur zwei Produkte. Ne, 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 wenn dann nur das günstigste vom günstigsten. Nur zwei Produkte reichten geschmacklich an selbstgemachte Buletten heran. Extra viel Hufe und Klauen. Die Mini-Frikadelle von Eismann aus Rind- und Schweinefleisch. 2,2. Nicht schlecht. 1,24 pro 100 Gramm. Ich mag ja dieses Gemüsebratling, diesen Gemüsebratling-Teig, den du selber formen musst. Ich meine nicht die fertigen, die wir kaufen, sondern wenn du halt mal diesen Teig selber aufquellen lässt und dann quasi dein eigenes vegetarisches Hack machst mit ein bisschen Wasser und Gewürzen. Okay. Und mit so einem Pulver dann hast du so einen Seitan-Teig-Gemisch eigentlich. Also wo man, glaube ich, die Finger lassen sollte, sei Sölde-Mini-Frikadelle von Aldi Nord. Schweinefleisch. 4,5. 40, 40 Cent pro 100 Gramm. Also günstiger kriegst du es nicht, würde ich sagen. Also machst du richtig mit bei Klimaerwärmung, wenn du dir sowas gibst. Ja, ist eh schon zu spät. Ja, jetzt ist eh Feierabend. Die Bitcoin-Rechner werden ja abgeschaltet. Ah, dann wird es wieder kühler? Ja. Cool. Oder wurden abgeschaltet. Heute ist ja Silvester. Ja, genau. Aber du hast gerade gefragt, was hältst du von was? Alkohol. Also was mir, wenn dann, ich trinke dann lieber gesittet einen Rotwein. Ja. In guter Gesellschaft oder einen Wein oder halt wegen mir stoße ich mit einem Glas Sekt an. Also wollte ich gerade sagen, ist traditionelle Anstoßen mit Sekt und auch nur ein Glas. Aber das habe ich schon. Und da habe ich dann jetzt immer Schluck auf. Weil Silvester ist und wir Sekt trinken nebenbei. Also, ja. Hast du nicht gesagt, das ist bei dir Tradition? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, das glaube ich dir. Ja, für dich hatte das Jahr ja auch nur zehn Monate danach, glaube ich. Ich bin abgemeldet bis März. Tschüss. So long, ihr Spacken. Klaus, deine Hose. Ja, gib her. Ja, was ich ja gar nicht kann, das habe ich auch immer bei irgendwelchen so Feiern von 20 Leuten vermieden, Bohle. Fast bloß sieht die Bohle an. Oh ja. Das ist immer, irgendwer ist immer lustig. Die Brüchte ziehen schon drei Tage. Genau. Die sind so im alten Römerpott. Nee, aber es ist immer so lustig, weil irgendwer hat die ja gemacht, da hat die meist abgeschmeckt. Aber es gibt immer so einen Spaßvorgel. Hier, Wodka schmeckt sie eh nicht. Nur mal eine halbe Reine wird lustiger. Und dann hast du halt dann irgendwie so Zuckerplürre, die dich echt... Also dann ist Frostschutzmittel genialer dagegen. Ja, ansonsten Bleigießen, hast du das schon mal gemacht? Nee. Noch nie, ne? Du? Ja, schon ziemlich auch. Tischfeuerwerk finde ich auch immer knaller. Ja. Also Sachen, die wahrscheinlich nicht sonst passieren. Was ist das jetzt statt Blei? Laut EU-Verordnung? Wachs. Wachs. Haben sie letztes Jahr schon ange... Ja. Aber das Geile ist, die haben meist außen jetzt so ein... Weißt du, diese komische... Diese komische Folie, die nicht schmilzt, sondern nur so verknödelt. Also irgendein Plastik-Scheiß dran. Das heißt, wenn du das atmest, dann bist du auch bald weg. Ja, das soll ja besser schmecken. Ja. Darum ging es ja. Das stimmt. Ja, lustig, was ich nie mitgemacht habe, nirgendwo gehört, aber nirgendwo im Bekanntenkreis gehört. Aber was ich oft gehört habe, sind diese Krapfen, die Neujahrskrapfen, die dann halt... Bei einer mit Senf gefüllt ist. Genau, nachts gefressen werden. Und das soll ja Glück bringen, ne? Der Senf ist ja der Glückliche, glaube ich. Ich wusste nicht, was der Gedanke dahinter ist. Was ich ja lustig finde, es gibt ja immer so ein, apropos Neujahrstradition, so einen Neujahrslauf in Berlin. So ein relativ entspannter, relativ entspannter Lauf. Was ist denn für eine Töle hier? Also nicht. Hast du schon mal gesehen? Ja. Was ist das für ein Quietsch? Ach, so ein riesiges Ding. Riesig? Ja. Klingt eher wie so ein französischer... Nee, das ist dieser träge Hund hier, glaube ich, von unten. Nee, nein, wenn es von der Seite kommt, das ist der, der in den Innenhof darf, aus der gegenüberliegenden Straße. Bild halt alle an. Ja, der ist echt ätzend. Manchmal schließe ich mein Fahrrad an und dann kommt... Dummer Hund. Ach so, ich dachte, was sagt der Hund? Oh, nice. Ja, du hast keine irgendwelche Riten abgezogen. Irgendwas wollte ich... Oder machst du? Irgendwas hatte ich... Machst du heute? Was machst du denn heute? Sag mal, was machst du denn heute? Ich mach ein Fondue. Ehrlich jetzt? Ach so. Ja, ja, ehrlich jetzt. Nee, kann ja sein, dass du ein Fondue geplant hast. Der Fondue, wo soll ich einen Fondue-Topf herkriegen? Was heißt hier ein Topf? Den gab es bei Lidl vor zwei Wochen. Du nimmst hier einfach so einen... Den Feuerzangenwohlen-Topf. Gleich Milchpott und dann schmeißt du da halt einfach deine fünf Kilo Gouda rein. Und dann hast du... Und ein bisschen Weißwein, dann hast du dann Käsefondue. Okay. Okay. Ich werde sie überraschen. Sie wird dahin schmelzen. Hahaha. Was hältst du denn von Currywurst mit Schmelzkäse obendrauf? Ist ja Silvester. Kind, gönn dir. Das ist Dortmunder Fondue. Muss ja selber lachen. Da kriege ich gleich die nächste Brandnarbe. Was machst du denn heute? Also natürlich nehmen wir jetzt den Podcast auf, noch 13 Minuten bis 12 ist. Dann hetzen wir los. Ich werde ganz entspannt, hoffentlich gemütlich was futtern, sehr viel futtern. Zwischendurch immer mir mal so ein paar Bierchen gönnen. Dann werde ich mir die... Zwischendurch ein paar Bierchen, finde ich gut. Dann würde ich mir auf jeden Fall den Silvesterpunsch reinpfeifen und den Erfoworn reinziehen. Und eventuell so kleine Feuerwerksscheiße, so ein Tischfeuerwerk, was danach alles schmutzig ist. So was. Finde ich lustig. Ja, und dann Sekt und ja. Also ich brauche echt... Ich werde definitiv nicht zu Hause sein, weil ich hier finde ich das, glaube ich, zu laut. Beziehungsweise wenn ich hier wäre, würde ich, glaube ich, nicht rausgehen. Weil ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt die besseren Menschen, die hergekommen sind, auch natürlich ein bisschen besser feiern. Das heißt dann hier auf der Dachterrasse zum goldenen Bitcoin, da wird dann halt der Möd in rauen Mengen fließen. Muss ich mir vielleicht nicht geben. Ich glaube, die ist noch nicht fertig bis heute Abend. Ja, gut. Aber es wird aber schon fleißig Marmor und Pergament, Papier und Regenwaldholz hochgeschleppt. Ja, gut, du willst ja auch ein feines Ambiente haben. Ja, für einen Monat. Wenn du... Ja, weil danach wird das ja eine Ferienwohnung. Das stimmt. Das sind ja, was sind das? So, ja, mit 200 Quadratmetern, da kannst du ja nicht drin leben. Der weiße Q7 ist ja auch nur, wenn man hier mal am Wochenende ist. Ja. Das ist ja ein Städtauto. Kannst du ja nicht auf langen Strecke nehmen. Das ist ja Rücken. Ja. Irgendwelche lustigen Partyspiele? Bist du ja auch so ein Party-Max, ne? Ja, ich habe jetzt Mario-Party. Alle echten Partyspiele können wir im Buggel runterrutschen. Aber das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn man so ein bisschen, man gibt so ein bisschen Bier oder Scotch oder Wein zwischendurch. Ja, Mario-Party ist perfekt dafür. Das kannst du ja auch Leuten einfach in die Hand drücken, die Videospiele mit Videospielen gar nichts anfangen können. Ja, das ist schön. Ja. Irgendwas Besonderes wird immer... Ach, du hast ja vorhin schon erzählt. Ja, ein Glas Rotwein ist, glaube ich, dann eher so mein Alkohol. Ich meine, was wirst du denn essen? Was werde ich essen? Nichts Besonderes, glaube ich. Was weg muss, ne? Was weg muss. Toast. Toast. Mit Staub. Alles in Fondue-Top. Wie geil, wenn man so einen Topf hat, wo alles weg kann. Ja. Raclette habe ich damals mit der ersten... Ich habe die ganzen Klischees damals mit der ersten Freundin mitgemacht. Das war, glaube ich, erster, zweiter Weihnachtstag. Also quasi schon Vergangenheit. Und da habe ich dann auch nicht so viel geredet, weil da wurde so viel aufgefahren. Und die wollten das immer so als Möglichkeit nehmen, um halt irgendwie zu quatschen. Und ich dachte, Alter, hier sind tausend Käsesorten und das und das und das. Und ich habe nur gefuttert. Und die, ja, das kann man schön zusammensitzen. Ich dachte, ja, ich muss hier drei Pfannen befeuern. Ich kann nicht mit dir reden. Fanden die ein bisschen doof, glaube ich. Dass ich echt nur... Ich habe nur Essen vorbereitet oder gegessen. Ja, und macht es dir einen Spaß? Ja. Ja, ist super. Ist super. Ne, ansonsten sind es nicht so Chips oder sowas, was man so in sich reindrückt nebenbei. Ja. Schön Salt and Vinegar Crisps. Von Tyrell. Die sind ziemlich geil. Boah, ja, da könnte ich mich echt jetzt reinlegen. Die Tyrells sind schon... Ja, aber ansonsten nicht. Also wir haben schon geguckt, als wir auf Langenes waren, weil das wäre ja dann schön weit weg. Und die haben auch gesagt, das Geile ist, wenn du auf der Südseite stehst, dann schaust du halt auf Föhr. Und Föhr an der Küste, da wird halt geballert ohne Ende und dann sind ja auch ein paar Hotels. Das heißt, das heißt, es wird halt nicht so, ah, geil, Sparfeuerwerk, sondern du hast halt richtig eine Show. Das heißt, die stehen halt alle immer schön hacke-dicht draußen angetütert und dann schauen die einfach nur Föhr. Und da ist es, da ist es ja nur ein paar Kilometer entfernt und da ist dann richtig, also du bist halt gut Distanz und siehst halt alles, ist nicht laut. Ja, das muss schon geil sein. Aber die ganzen Häuser, die ganzen kleinen Ferienwohnen, alle, also da machen sie halt auch nochmal richtig Umsatz. Ja, klar. Weil, es ist ja auch ein bisschen romantisch, wenn du sagst. Ja, naja, wie du halt schon meintest, es hat jede, ich glaube, jede abgelegene Wohnung, jedes abgelegene Häuschen ist ausverkauft in Deutschland. Ja, also es würde ich schon, im Spätsommer wird es schon eng. Also, es ist schon krass, wenn du sagst, ja, nee, da kannst du jetzt nicht fragen, es geht leider nicht. Ansonsten versteckt man sich einfach unterm Laken. Ja. Wie bald wegen des Schlossgespenst. Und wenn das durch ist, genießt du dann auch den Neujahrsspaziergang oder so, weil du sagst, die meisten sind Hacke und Kotzen, liegen zu Hause und zu ruhig. Wenn ich nicht viel Alkohol getrunken habe, was ich noch nie gemacht habe, Silvester. Das stimmt. Dann gehe ich tatsächlich. In deinen zehn Monatsjahren. Am Neujahrstag häufiger joggen. Genau, das wollte ich noch sagen, diese Joggenläufe. Es gibt am Neujahrstag, gibt es so einen Funrun, der, glaube ich, zehn bis dreißig Kilometer hat, je nachdem, wie lange du laufen möchtest. Das klingt ja auch Fun. Und am Silvestertag gibt es einen Pfannkuchenlauf. Ich habe auch mit FUN geschrieben. Oh, nice. Will ich gleich bei dem SCC vorschlagen. Zehn Kilometer lang und da geht aber den Teufelsberg hoch. Was ist der Teufelsberg? Berlins höchste Erhebung. Meter dreißig oder was? Aus Schutt aufgeschütteter Berg. Ich glaube, wir reden von ein paar hundert Metern. Okay. Was ist der Schutt? Kriegsschutt? Im Grunewald, ja. Ja, da ist eine Abhörstation drauf, die heute halt so ein Lost Place ist. Beziehungsweise, ich glaube, inzwischen gibt es da Führungen, aber vor ein paar Jahren so ein Lost Place. Auf jeden Fall ein anstrengender Lauf. Also, dir geht einfach nur bergrau? Berg hoch, ja. Ach, immer dieses Berg rauf, runter oder was? Also, ich google es tatsächlich mit dem Teufelsberg. Aber du hast gesagt Funrun. Was ist denn der Fun an dem Run? Es gibt keine Zeitnahme. Ich dachte jetzt Hindernisse, irgendwelche Spiele. 100, 120 Meter. Und was ist der Pfannkuchenlauf? Das ist der Pfannkuchenlauf. Aber das ist auch ein Fun Run. Ich glaube, es gibt ein Ziel im Pfannkuchen, ja. Ich glaube, dann hat es auch einen mit Senf erwischen. Ja, im Ziel. Ja, sicher im Start oder in einer Verpflegungsstation zwischendrin oder was. Ich meine, Tough Mudder heißt auch nicht oder X-Latis heißt auch nicht der Bierlauf. Und du dich da total durchpimmelst und dann kriegst du ein Bier zum Schluss. Aber wie viele Leute mehr würden die Gewinne als der Bierlauf hieße? Das ist das für ein Thema, ey. Da muss doch überall an jeder Station nicht eine Banane, sondern ein Krabbeln. Das sind 10 Kilometer, da gibt es ja keine Stationen. Läufst du durch. Ach, scheiße. Ja. Naja, was machst du am Neujahrstag? Wenn ich keinen Kater habe, dann genieße ich... Ist jetzt gewartet, bis ich das mache? Dann genieße ich wirklich so einmummeln und rausgehen, weil wirklich viele, also jedenfalls wenn ich dann rausgegangen bin, viele nicht draußen sind. Die sind alle noch verkatert oder weg. Und das ist irgendwie ganz schön. Und dann, also voll entspannt, einmummeln. Ich muss immer essen. Ich habe jetzt im Kopf gerade so viel gelüsteter Essen. Wir haben ja auch richtig Hunger. Alter, ist ja richtig schlimm. Ja, ich glaube wahrscheinlich, das Feuerwerk wird jetzt auch intensiver draußen. Müssen wir uns langsam unsere Jacken anziehen. Ja. Puh. Einen guten Rutsch können wir euch schon mal wünschen. Ja, kommt gut ins Neujahr 2019. Was sind eure Vorhaben für das Neujahr? Was wollt ihr ablegen? Habt ihr irgendwas? Schreibt es... Habt ihr, also obwohl ihr uns erreicht habt, habt ihr am Anfang der Folge gehört. Könnt ihr nochmal zurückspulen? Das Mikro ging die ganze Zeit in die falsche Richtung. Wir müssen die Leute nochmal aufnehmen. Wieso geht das Mikro in die falsche Richtung? Das geht in die richtige Richtung. Ja, aber irgendwie ist das Stück vorbei. Ja, das hat doch eine Niere. Ja. Ich hatte eine Niere. Ja, ist doch so. Ja, was weiß ich. Ist das nuschelig oder was? So. Spreche ich zu Waeli? Für die Abbrot, mach es doch wunderschön. Ja, ich hab lustigerweise schon aus deinem Punsch geschleckt. Deswegen bin ich jetzt so... Der Punsch, du dussliger Kuh. Was sagt sie immer? Bohle, ne? Bohle, ja. Eigentlich ist die Feuerzeigen-Bohle auch ein Punsch. Dann, der Logik nach, oder? Ja. Ja. Okay, gut. Hätten wir es auch geklärt. In diesem Sinne, Pfeiffer mit 3F. Wünscht euch ein schönes 2019. Treibt es nicht zu wild. Was sind das für Pappysprüche? Wir hören euch im nächsten Jahr wieder. Wupp, wupp. Boink.